ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play the witcher 3 wir machen heute weiter mit unserem lieblings hexer ja nach der durchaus planlosen folge von gestern geht es heute weiter ja mit der suche nach verbindeten wir haben einen schon hey super ach warte mal ist das nicht hier das badehaus von dikstra das heißt er ist nicht da eigentlich hätte ich gedacht dass wir dikstra antreten können ja gut hier können wir nicht hin da ist es denn da ist ich da der dikstra ich mir schon gedacht gut dann gehen wir erstmal zu triss oder versuchen zumindest es ist das blöd dass der alter nicht da ist gesundheit herz entfernt kohlen anstelle von augen und mit formaldehyd verbrannt vertrauter anblick und ein brief du suchtest einen diener des ewigen feuers und ließ es dich doch von seiner flamme blenden es war nicht nathanie verdammt ja gut das können wir ja bis ein besorgter bürger okay ja das kennen wir ja schon irgendwie so war eigentlich das anders geplant gerade kommen wir müssen wir doch da kommen da rein aber die muss was ist das für ein wetter hier heute klopf kopf ja wen willst du sprechen priss ich hab's ihr gesagt keine männer keine haustiere dies ist ein anständiges haus in dem anständige leute wohnen keine sorge ich bleib nicht lang das ist immer gut das heißt wir gehen hoch und hoffen dass wir natürlich sie jetzt an bord bekommen ja können wir aber ich will dich einfach vorher was bitten dann können wir da richtig sobald ich bei ihr bin wird es die wilde jagd wirst du musst nach kermor hingehen sobald ich ziri gefunden habe bringe ich sie dort hin und wir stellen uns gemeinsam der jagd gerald du weißt dass ich für ziri alles tun würde aber wir müssen die magier der stadt bald in sicherheit bringen sie zählen auf mich ich kann sie nicht im stich lassen verstehe aber vielleicht klappt es ja doch hilf mir dann geht alles viel schneller hängt darüber nach und lass es mich wissen bis dann triss sorry dass ich das gerade über ok äh warte mal wir machen das anders wir gehen bis vor wir mit dem weiterquatschen wir helfen triss als wir sie an bord bekommen worum geht das ich habe eine seltsame nachricht erhalten ich weiß nicht was ich davon halten soll von wem ist sie denn ingrid wegelboots diener hat sie gebracht offenbar ist herrn wegelboot bereit eine großzügige summe zu spenden sie will magiern helfen aus novigrad zu entkommen das wird kaum ein akt der selbstlosigkeit sein da hast du recht und genau das ist mein problem sie will einen gefallen leider stehen keine einzelheiten im brief ich soll den diener auf dem fischmarkt treffen er muss es mir angeblich persönlich erklären aber in diesen zeiten ist schwer zu sagen ob es eine gute idee ist dahin zu gehen gut das gefällt mir überhaupt nicht aber du scheinst entschlossen ich lass dich das nicht alleine machen ich danke dir der diener wie sollst du mit ihm kontakt aufnehmen angeblich erkenne ich ihn er trägt eine blaue tunika und zahlreiche schlüssel am gürtel ich soll ihn nach seinem forellenpreis fragen okay du machst Witze was das soll wohl ein witz sein sollst du etwa auch eine rote rose halten blumen hat er nicht erwähnt aber wenn du mir welche besorgen willst sag ich nicht nein das ist ein fischmarkt triss ich kann dir bestenfalls ein bisschen salzdorsch besorgen es wird wohl besser sein dass ich mit dem mysteriösen mann in blau rede er erwartet aber mich du wartest in der nähe ich überzeuge mich dass die nachricht nicht von den hexenjägern kam dann kommst du gut treffen wir uns dort so dann machen wir das als erstes ich hasse dass er so ekelhaft dunkel ist man sieht einfach gar nichts das wird doch mal wieder besser werden dann 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 gucken wir uns das mal mit dem wir helfen triss und dann hilft die unten dann hätten wir schon mal den 2 da ich habe keine schwerte an bord ja fuck you deswegen kämpft das auch nicht da Eigentlich wollte ich die ganze Zeit, die komischen Ich brauche meine Rüstung zu spielen Ich will das Ding jetzt im Endeffekt nicht kriegen Erstmal Hast du meine Rüstung am Fettel? Bestande, eine Rüstung in Meisterqualität herzustellen? Na, die Gesellenprüfung habe ich zwar bestanden, aber eine Meisterrüstung habe ich noch nie gemacht Vielleicht könntest du es entwählen versuchen Dort lebt ein Zwerg, Fergus heißt er Die Leute in der Zunft sagen, dass er der beste Rüstungsschmied südlich vom Ponta ist Trotzdem möchte ich das ihm anfertigen Würdest du mir etwas anfertigen? Ich gucke mal, was er hat Ich gucke mal, was du anzugeben hast Ich gucke mal, was er hat Gut. Wiedersehen, dann können wir jetzt mal gucken, was man direkt so hat. Und dann können wir jetzt mal gucken, was man direkt so hat. Super, gut, da sind wir wieder ein bisschen aufgebaut. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten. So, äh, genau, wir wollten eigentlich weitermachen, hat sich gelohnt auf jeden Fall, so, wir sollen ihn am Fischmarkt treffen. Jede Menge blauer Jacken, interessant. Da ist das. Wo krieg ich den besten Forellenpreis? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten. Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten, glaub mir. So, folge dem Diener der Wehgeburt. Dann mach mal. Ja, wenn du laufst vor, dann kann ich auch hinterherlaufen. Das ist er! Hilf mir! Super! Das war... Ich muss... Achso, das war die Aufgabe, oder was? Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich hab sie noch nie gesehen. Vielleicht... Also... Neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal. Wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Der Herrin Wegelboot. Und worum geht es eigentlich? Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelboot. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrn Wegelboot bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen, hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Gut, höchste Zeit, dass der verschwindet. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelboot kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelboots. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelboot fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelboots gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Wir sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. So, da komme ich mit. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwens schicken. Überleg doch nur. 85 Nachspeisen. Während du versuchst einen Taillenumfang von zwei Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Dann kommen wir da rein. Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Gut. Gut. Dann wird es mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3. Und dann bereiten wir uns auf den Maskenball vor. Ei, ei, ei. Tschüss.